ich hole noch ein bisschen wasser ja genau ich hole noch ein bisschen wasser zum atmen sage ich mir oft im leben wenn ich mich in den spiegel schaue die sieht oder scheiß sowas wort scheiße aus dieses grinsen jetzt konzentriert sich glaube ich nicht mehr ich mache das auch nicht aber erzhaft meine nase hat gejuckt und ich habe einfach bloß nach rechts gelingt grünes krautsch das nehme ich gerne mit jawohl endlich meine güte das war doch wieder mal so eine geburt die eigentlich keine sein sollte strich mal in den apfel rein was stich nein das tut dem onshore weh das mache ich auf keinen fall und dann ruft den onshore an der wird dann immer mehr abheben wenn ich ihm vorher der schlauch ging aber einmal nachdenken wenn ich es schaffe was zum weg ich sage ganz ehrlich der beisen kann mir dann wir einige den übungen gemacht also es war ziemlich spannend ist die richtung ich fühle ich würde am liebsten einen baum pflanze mich gleich danach wieder auszureißen gerak hat den geist so toll eingeblasen dass er davon kotzen musste und sein pinst wieder ausgespuckt hat und dann durch schrumpfte der wichsgeist nein nicht wieder gefistet werden von einem teil du bist lily white oder verpist dich ich zieh dir mit meinem stab eine drüber wow der stab ist stark man weiß nie wo man landet austrian airlines ich bin ein künstler das ist kunst was ich hier wache seid keine kunstbanausen naja die säcke das war jetzt das 2 nobenenten special können euch natürlich die youtuber die in dem video vorgekommen sind unten in der video beschreibung anschauen klickt einfach per mausklick auf den link geht auf den kanal schaut euch immer videos an abonniert sie wenn sie euch gefallen gute youtuber alles top let's player vielleicht gibt es dazu 300 brennten ein ähnliches special wieder hier auf diesem kanal mit noch mehr youtuber ich habe eine gute idee für ein neues format kündige ich dann irgendwann mal bald an also jetzt würde ich auf jeden fall mal sagen danke fürs zusehen und auf wiedersehen